ja liebe leute willkommen zurück es ist wieder zeit für ein bisschen selder ocarina of time ich befinde mich ja zur zeit ich glaube seit 23 videos im schattentempel na wie und ich bin doof ja denn ich falle bei meiner einführung runter ja was wollte ich sagen irgendwas wollte ich sagen jetzt bin ich verliert da ist meine ich habe meine ganze einführung jetzt vergeilt glaube ich ist egal ja zwei video schattentempel irgendwas wichtig ach ja genau leute die spendenaktion für frank royal ist aufgetaucht aber ich hätte es auch schon mittlerweile gesehen hier nichts das ist möglich ist zu spenden wenn ihr die möglichkeit habt aber tut es gut was gutes dachte hier kann es irgendwo eine türe oder so ich werde hier rot zu frech verarscht okay ich habe ein schlüssel bekommen so da oben war nix also hier rein so genau wie was hast du mir diese mauer sie teilt mir etwas mit sie flüstert mir zu willst du mit einer fähre in fremde gefilde reisen so tritt näher okay ich probiere mal was aus nämlich gleich stiefel es ist egal ich fall trotzdem runter aber es würde ich sogar weh das gut ich höre hier eine west mal einfach getätet eines kult oder knabbern irgendwo ja auch irgendwie verstehe ich das alles jetzt gerade nicht mehr so er ist meine karte und das ist hier und normale schuhe ist ja wahnsinnig scheiße mit den karten oh mein gott what the fuck in tun b2 also auf der einen etage gibt es noch irgendwo was was ich nicht gefunden habe ich habe beschlossen versuchen die etagen abzuklappern nach und nach denn wenn ich die etagen nach und nach abklappern habe ich wesentlich höhere chancen alles zu finden dann werde ich nicht ganz so verplant vielleicht rum wie in dem wassertempel so in welchem raum bin ich jetzt ich bin ein reich muss ein raum zurück okay ein raum zurück das war hier unten da lang ging es glaube ich ein raum zurück hier nein ging es anscheinend nicht wir holen mein skype fenster blinkt auch da ging es zurück da ich habe dann da irgendwas in den raum vergessen anscheinend ne hier war ich schon in welchem raum bin ich jetzt gelandet ach in dem kleinen ok da kann ich irgendwie entscheidend auch rein aber bombe ich probiere eine bombe 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 nicht vergesst das was die bomben haben und schnell weg und dieses würde rotzding hier aus es gibt mir bis noch ein geist ja stimmt und der bräume und schlüssel für also habe ich genau richtig gemacht was finde ich hier in diesem kleinen raum drin eine große skulptur ich bin gespannt wie schläge ich brauche ich werde ein ich glaube nicht dieses große große etwas in meiner hand war und noch eine und die schaffte sogar wirklich mehr schaden zu machen moment moment wo mich jetzt überhaupt etagentechnisch immer noch im b2 anscheinend so im zwischenweg nach eben was ist ich wohin runter ich habe mich gehört dreh dich ach das ist was komische geräusche macht es klingt nett es sieht auch nett aus aber ich möchte nicht kein schaden durch sowas bekommen und ich werde wieder von einer skulptur und die regen mich auf die viecher langsam herz hier geht doch so liebe wenn etwas nach plankt habe ich habe da oben ganz schwierigen worden gesehen da runter listen achte auf die schatten der kreaturen hände eigentlich die ganze zeit so durch die gegend drängen glaube ich da kommt ein schatten da ist er und ich mache einfach zack und schon ist du da und du musst mir maß money also moment hier ist große auswahl an wegen also sofort rechts bietet sich an sofort rechts bietet sich nicht an habe ich gerade geschlossen denn da ist gar kein weg also ich muss quasi auf die andere seite rüber und dann rechts weil da sind zwei truhen wer hätte gedacht dass hier so viele truhen sind in dieser scheiße hier ok und mit schmackes und anlauf ganz ruhig ganz ruhig links und jetzt mit schmackes ach so lange ich mein schwert habe kann ich nicht blocken habe ich vergeben das ist ja jetzt roffel moffel oder was ist das soll ich jetzt ja alles von hier kommt wieder eine runter er wird einfach nur lust die richtig hinzurichten also so richtig abartig per berg mit der stärkste tacke ich habe glaube ich wieder auch vergessen dass du noch eine kommt also ich weiß dass sie nicht mögen werde ich habe gestern ich noch was gegenseitiges baub ich habe gestern ist er noch einfach aber jetzt mit den ganzen job in one anlagen ist das echt mehr unangenehm als angenehm blöde so und schnell durch ich glaube hier kam keine mehr warte na wie verschwindet hier aber immer wohin wo bist du nichts oder die hand auf naja jetzt kommt erstmal die hand hallo stirbt mani also für geld sind die echt gut zu gebrauchen die biester ok jetzt muss ich hier wieder aufpassen also erst einmal hier drüber stoppen schon mal das schwert kann ich wieder einpacken nein was das oh mein gott irgendwas hat mich ausweißen ausgeschmissen aus dem spiel wir jetzt auch anti wir oder sowas auf dann gehe ich kotzen so und mit anlauf und es taucht anti wir auf juhu aber es wird auch zu den kinden im hintergrund ihr seht das nicht das ist alles gut ist alles fein hier das verstehe ich nicht im blog eigentlich egal so jetzt und mit anlauf von dagegen und wieder zurück moment leute wisst ihr was ich mache einfach hier schluss und selbst hätte hier bis zum nächsten mal tschüss mal tschüss